Her und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Heute gibt es mal ein neues Angespiegel, und zwar Valorant mit meinem Kollegen Felix, der es uns heute zeigt. Mit dabei sind noch zwei Freundinnen von ihm, die was wir im Sprachfeld haben. Aber wir reden auf Discord. Eine lustige Geschichte, also, das ist relativ lustig. Ich würde sagen, die eine Gifte redet so halbwegs mit, die redet halt, wenn andere irgendwas ist, sagt die halt Bescheid wegen Game-Infos. Wir sagen, wir hören uns im gleichen Game wieder, bis gleich wieder. So, erstmal wieder in den Spiel rein. Split. Jetzt wählen wir den Helden aus, ich kenne mich nur an Null aus, aber egal. Ich glaube, sie war das, was ich vorgenommen habe, oder? Ja, aber jetzt kannst du es nicht mehr nehmen. Nein, du hast den Chat genommen vorher. Scheiße! Ja, nimm den hier. Ja, nimm halt den hier. Alles gut, nimm den. Sind wir dann langsam mal bereit, oder? Ja. Wer hat da gelogen? Merkt ihr, wir müssen, wir müssen uns zurückhalten. Ja, ich als Duelist halte mich zurück. Okay, go, boy. Marcel, komm her, ich flash nochmal. Du hast ja auch so'n Dart, ne? Du kannst mit... Ich mach dir die Utilize kaputt. Ja. Er schmacht's. Ah. Was, ey? Verdammt. Weiß'n Gott. So einen hab' ich dann gemacht. Letzterleben der Verbündeten. Oh, Spice in A. Ähm. Ja. Hey! Jetzt hast du ein Spike. Du kannst mit vier, kannst du in die Hand nehmen, mit Gehtropst. Ja. Schänkchen her. Das ist ja, stopp. Wir gehen zu zweit, komm mit. Geht, aber nicht drückt. Geht, 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 drückt. Die eine ist Lodi, die gelbe. Decke, gebiet auf. Gelbe, slow, das sage ich dir. Die ist rechts, direkt, rechts da. Verdammt, so ist einer. Verriss, rechts. Hab' dir gesagt, die ist low. Er war's. Ich hab' auch mal draufgeschossen, nochmal. So, ey, die... Er hat auch... So. Was vorne ist? Ah. Wo sind die Gegner? Weiß sie, wo die sind? Hm. Jawoll! Yes. Aber hörst, äh, Felix, die Sprüche sind aber auch ein Wahnsinn, oder? Ja, ja, klar. Rechts oder links? Äh, wo gehen wir hin? Komm, wir warten mal. Bleib hier. Nein, das geht eh keiner durch. Was springen lassen? Ja, dein Pfeil. Ach so. Ja, du solltest da aus der Kuppel rausgehen. Sonst wirst du gedingst. Ach, okay. Bis dann. Oh, dann hab ich pusht er. Oh, verdammt! Oh, hätte... Felix, du schaffst das! Lade nach. Falco, flieg! Geblendet! Letzter neben der Verbündeter. Your time to shine. Noch 30 Sekunden. Zwei sind behind you. Okay, John. Tot! Go, Felix, du schaffst... Ein Gegner übrig. Und drei. Sage unnacht. Felix! Man, den eigentlich irgendwo platzieren und da gibt's gleich ein gewisser Ort, wo man den platzieren kann. Nur die, die gelben da. Da, die... Okay, danke. Äh, den Spike, ähm, die kannst du nur, äh, siehst du auf dem Map halt die farbige Stelle da? Auf dem Map. Also halt, wenn du auf deine Map guckst. Ja, sehe ich, ja. Ja, die kannst du nur auf die, äh, farbige Stelle platzieren. Aber wo dort ist dann egal, oder wie? Ja, wo genau ist egal, solange es auf der farbige Stelle, auf der Map ist, ist es egal, wo du platzieren. Okay. Danke. Ich meine, keine On-Site. Vorteil für uns. Helpen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Schieß da hoch, wenn er in den kommt. Hast du? Warte, warte, ich... Warte, bleib stehen, bleib stehen. Erwischt. Da, rechts ist einer. Und? Geht schon als 30. Bleib da. Bleib da. Was du? Hast du? Hast du? Sehr gut. Bammt! Tart mich. Ah, verdammt! Ja, voll. 21 Geld. Jo. Ja. Geht nur die gute alte Maloche. Brauche Beute. Danke. Oh, wumpf. Oh. Ich hab mich gar nicht verklickt gehabt. Das war gar nicht irgendwie blöd. Nein. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Decke Gebiet auf. Gegner bei B. Oh, die gehen beide. Dammt! Oh. Oh, das war knapp. Das ist weg. Falco fliegt. Geblondet. Geblondet. Zu jagen. Kein Entkommen. Ah, okay. Falco fliegt. Ja. Hab ihn. Geblondet. Die. Das ist weg. Komm, komm. Der Ping. Oh. Verdammts. Ah, verdammts! was brauche ich das machst du mit der wache schaffst du das mit rechtlich weißt du recht die gab es Ich hoffe, er schafft's. Ich hoffe, er schafft's. Komm on. Das machst du. Bleib stehen. Guck um. Oh, verdammt. Aber, no time. Egal, gewonnen. Jawoll. Das ist aber schon close mit einer Classic. Ich find's geil, ich bin glaube ich bei 32 Minuten schon. Die beiden solltet, ähm, B gehen, weil die gehen ständig umgehen. Okay. Du weißt, du gehst als A. Oh. Upsi. Ich freu mich für's so auf Schneiden. Ich scanne schon aus. Tu mit. Ja. Verdammt. Einer tot. Komm, let's go. Go, let's go. Digga, ich bin nicht gefliegt. Ja, du bist aber vor mir. Ja, egal. Ich bin aber ein Noob. Ich hab eine Ausrede. Ich hab eine Ausrede. Tiki, also da ist Noob. Haha. One hit. Nehme ihm die Sicht. Oh. Aua. Wir sind noch nicht fertig. Oh. Los, los, los. Ich scanne voraus. Der Weg. Was kommt die mit B? Spike in A. Vorsicht. Komm, 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 zurück, komm, zurück. Ich heil dich. Sie ist zurückgelaufen, sie ist zurückgelaufen. Rayna ist auch so mit. Komm, komm, komm. Marcel, geh weg, geh weg. Komm her. Komm hier mit uns mit. Komm, ich komme. Ich bin hier. Ich bin hier. Hm. Ja. Geh, geh da runter. Ich gucke die Augen. Ich gucke die Augen. Lade nach. Stehle die Sicht. Gegner bei A gesichtet. Ein Gegner ist bereit. Lade nach. Ich zähle schon noch. Nee, nee, hier. Oh. Oh. Decke Gebiet auf. Ich hab sie gefunden. Gegner hat hier. Okay, ich krieg's, du kriegst. Fall so fliegt. Noch 30 Sekunden. Machste, machste. Ah, das ist Water. Zu jagen. Wo ist denn sie? Noch 10 Sekunden. Da. Irgendwo. Oh. Warte, warte, warte. Nicht rein rein. Nicht rein. Nicht rein rein. Noch nicht bereit. Super. Jawohl. Yes. Also zwei Runden müssen wir jetzt noch gewinnen, oder wie? Äh, zwei, ja. Aber ich. Ich hab's beginnt. Ja. Abgeschossen. Gegner. Klappe zu. Affe tot. Hinter die, hinter die, hinter die. Abgeschossen. Falco, flieg. Ein Gegner übrig. Oh. Spike in B. Marcel, den letzten kriegst du. Spike bei B gesichtet. Falco, flieg. Ah, nö. Ah, nö. Selber, wenn du schneller bist, ne? Da ist er. Oh, drin? Ja, um die Elbe. Oder? Deckelgebiet auf. Er ist jetzt hier oben. Ah, nö. Oh, nö. Können wir nicht auf Zeit spülen, garantiertisch? Ne, wir haben den Spike nicht. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Hoch. Geh du mal hoch, ich lenke es unten ab. Okay. Letzter Leben der Verkündung. Okay, der ist da. Der Kämpfer in der Ecke. Wenn ich dann sage. Nein. 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 Jetzt, vier halten. Halten. Gut, ich halte. Jawohl. Jawohl, yes. Das war der Skin, kann es sein. Immer. Don't worry. Mit Rechtsklick kannst du bei der Abbaunen. Ich scanne voraus. Sie werden sich folgen. Die Wall kann es kaputt machen, wenn du willst. Ah, ist gut. Will ich auch nichts. Ah, Renner ist oben. Wer ist noch mit mir? Gerade im Moment. Renner ist heaven. Charge. Um. Um, Alex, um. Verdammt. Ah, verdammt. Nice. Ich habe dir das Ace gesteam. Ups. Sorry. Alles gut. Ah, wir haben gewonnen. Jawohl. Ja. Und du hast sogar 12 Kills. Das ist stark. Böööö. Ich bin Eastportler. Ja, Mann. Du musst nur noch das tappen, dann kriegst du besser Kills. Oh, ja. Ja. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, jetzt beende ich mal das Video. Ich bin jetzt schon bei 45 Minuten. Ich will sagen dann, ciao, Leute.